Fass hier nichts an. Schau zu, was ich mach. Ich erklär nur einmal. Okay, verstanden. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Mannheim. Da ist mehr los als hier im Caf. Sollen wir nicht gleich nach Frankfurt? Nee, da war ich einmal und nach einem Arbeitstag waren das dann zwei Jahre. Warum? Ist mir zu privat. Aber ey, ich hab Bock drauf. Auf geht's. Kannst du mal die Sirenen anmachen? Sowas mach ich nicht. Das ist Missbrauch. Ja, stimmt. Tut mir leid. Oh, pass auf. Die Bremsen sind ganz doll. Ich glaub, da hinten ist Stau. Oh, nee. Willst du nicht den Bahnblinker einschalten? Nein. Mach's Platz, ey! Ich dachte, du machst sowas nicht. Nur wenn ich nüchtern bin. Also nie. So ist es.